in den Namen um den Namen hallo guttag diese vor neun Folge hier er erkennt es bestimmt schon diese diese kleinen Miestigen Wiestern die sich als Pferde ausgeben und dann in Wahrheit eigentlich gar keine Pferde sind, sondern explosionsartige grüne Mistgrübel diese Mistkerle wenn ihr nicht wisst was ich meine wenn ihr nicht wisst was ich meine dann spult meine Folge zurück da können wir das sehen wie geht es denn gerade in Fernweh weiter gibt es da so einen kleinen Spoiler weil die Folge kommt erst am Samstag raus ja ich also im nächsten Samstag ich habe gerade ein bisschen Terraforming nix großes nichts großes dafür habe ich vielleicht noch mal ein bisschen Kohle gefunden Autsch ein bisschen Kohle soo ein paar Screenshots hier zack zack hoppala soo und nochmal Screenshot machen dann schaut er schon richtig stoppisch aus eine Mail eine d eine t eine t TTT die Hitschon eine gute eine gute den Text vergessen ja das ist schlecht den hatte ich mal früher auswendig gebracht ich auch wenn ihr wisst wie der Text lautet dann schreibt sie mal in die Kommentare aber bitte den vollen Soundtext ne aber nicht kopieren ne auswendig bringen kopieren kann jeder das schafft sie gar der Onkel Ceron also jetzt hier das auswendig bringen glaube ich zumindestens also Ken tut das auf jeden Fall nehm ich jetzt an stark an oder? Kennt ihr das? glaube ich wenn ich hier mit den Häusern fertig bin dann mache ich mich daran wenn das fertig ist mache ich mich daran an dieses Dach also richtig viele Dacharbeiten wenn man damit fertig sind dann mache ich mich daran an dieses Dach dann gehe ich dann wieder zum 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 Bahnhof dahinter guck mal die sind schon wieder da oben auf dem Dach wie wird bleiben der hat sich gut gemacht dort ist schon wieder jemand auf dem Baum oben drauf ganz oben und dann kann man das kohle kohle zu die Bäume kommen weg also um es noch mehr so richtig viel Fichtern zum abholzen ne aber wir verbrauchen das erstmal von der Anni alle kriegen wir auch regelmäßig wieder neues dazu hey muss ich mal gucken natürlich bekommt die andere auch ein bisschen was von uns das würde ich ja wohl mal ne weil die Wutsamkeit äh Wutsamkeit Axt die Axt mit Effizienz die hat uns ja jetzt 12 Stacks Fichter jetzt gebracht das ist ja auch schon gut mhm das ist ja auch schon gut genau so so nicht runterfallen hier nicht runterfallen hier Spinne wer spinnt heee Spinne getötet Spinne wollte gerade ein Baum oben da habe ich ihr denn gar ausgemacht mhm mhm jetzt ist sie brei richtig fermentiert ist sie jetzt von Anni mhm selber schuld ja man soll sich nicht mit Frauen anlegen richtig ich muss immer kurz was essen na ma ma mo ma ma na na 這麼 ich hab so irgendwie lange nichts mehr angeguckt vom lieben shadow muss ich mal nachholen kommt bestimmt so an die 200 folgen zusammen naja nicht ganz bei beim 1000er special war schon dabei könnt ihr euch ja selber ausrechnen wie wir folgen das sind und dann habe ich ja das kommt so circa auf lass mich raten 150 folgen denen ich dann noch gefolgt bin und dann war es zu stressig dazu noch angefangen bald fängt er hier der matrix wieder an ich will ja nichts spoilern also bis jetzt habe ich noch nicht gesehen ist ja wahr ja er schreibt es mir immer dass er dann immer mal so anfängt da könnte auch immer was mit der schule dazwischen kann er mich ja mal anschauen ich weiß nicht ob er deine nummer hat naja im chat meine ich also online bin so zack zopp das hier bleibt offen da mache ich das wieder zu ne das gibt's doch nicht macht ihr denn da unterm baum das bleibt offen und ein kleines türmchen drauf aber nur kleines es wird nacht kann er nicht schlafen ich auch nicht zurück an die arbeit das zu laut jetzt gesagt